Damit begrüße ich euch zu einer neuen Runde 4.1. Wir waren hier stehen geblieben, dass wir in den Hinterhalt auf der Landezone geraten sind. Oh! Na komm! Oh nein, jetzt komm ich von da auch noch runter. Wow! Cop des Jahres, cop, cop des Jahres. Na komm! Na komm! Na komm! Da kam jetzt eine Granate geflogen. Okay, was haben wir hier dabei? Das ist das Ding. Medic, 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 medic. So, jetzt kommt da hinten. So, jetzt kommt da hinten. Ich habe keine Verfügung. Ich habe keine Verfügung, um ein Alkohol zu testen! So, Waffen wechseln. Ich werde ganz alt in den Skype, ganz alt geschrieben. Irgendwas von 3D-Druckern. Habe ich keine Ahnung von. Oh shit. Okay. Ich scheine es geschafft zu haben. Mal schnell speichern. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt ins Gebäude einbringen. Immer noch nichts von Jankowski. Er ist wie vom Kettenbrunnen verschwunden. Seltsam ist, dass die Reichen von Team Delta-Beineber war. Alle identifiziert wurden. Okay, da wird offenbar immer noch jemand vermisst. Okay, hier geht es nicht weiter. So, hier steht Kaution. Oder auch Korschen genannt. So, einmal heilen bitte. Na, komm. So. Dann schauen wir mal weiter. Medic, nehm ich mit. Oh, Granate. Ich bin tot. Oh, hier starte ich. Okay. So. Munition. Munition. Wir haben Kontakt zum Dach verloren. Hat es einen bestätigten Durchbrauch gegeben? Unbekannt. Das geht ja hier gut durch. Mit der Pistole bin ich, glaube ich, am besten bisher. Okay, tot. Oh, checkpoint erreicht. Perfekt. Ah, immer noch. Ich muss, glaube ich, gleich mal kurz die TS-Code. Die TS-Code verlassen. Ich muss, glaube ich, gleich mal kurz die TS-Code. Zeitlupen-Funktion eignet sich. Ach, komm her. Die eignen sich wirklich. Muss ich, glaube ich, einfach mal viel öfter benutzen. So, haben wir hier irgendwas. Rüstung, Granaten und... Was war das andere? Rüstung, Granaten und weiß ich nicht. Egal. Dann war das letzte auch nicht so wichtig. Oh, hallo. Der licht auch wieder so komisch hier. Empfängnisbereit. Speichern wir mal ab. Ist der da hinten jetzt tot, oder? Oh, Medic. Sehr schön. Medic, das benutze ich direkt mal und speichere ich einmal ab. Okay, okay. Die Pistole ist fast leer. Reflexe dauerhaft verstärkt. Sehr schön. Nehmen wir das jetzt hier mit. Okay, der Gesuchte ist offenbar hier in dem Gebiet. Oh, unbekannt. Das heißt, hier dürft ihr gleich das... Sie wissen nicht mal, wer sie sind. Ah, da war's. Zwar nicht das Kind, aber... So, wir speichern die Stelle nochmal ab. Checkpoint erreicht. Sehr schön. First Aid Kit nehmen wir mit. Oh, Granate, Granate! Au. Oh. Die Granate war das Problem. Oh, Mann, 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 Mann. Also, ich hab heute auch mal wieder einen Stream gemacht. Einen kleinen Test-Stream. Wie das mit der Internetleitung so ist. Ob das hält. Und ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Ergebnis. Alter, ich will einfach mal direkt... So. So. So, der ist tot. Hier war doch noch irgendwo einer. So, noch einer. So, alle tot? Alle tot. Okay, ich muss wohl offenbar hier rein. Eskert, gibt's ja nicht falsch, Herr. Hm, ich spreche mal ab. Äh. Höre, dann gehen wir mal rein. Ach so. Ein Vierkampf-Einsatzagent hat das HQ-Gebäude von Dingenskirchen erfolgreich infiltriert. SSEGD-Eskorte wurde in einem Hinterhalt neutralisiert. Zusätzliche Spezialstreitkräfte wurden in Bewegung getestet. Versuche, Verhandlungen mit feindlichen Truppen einzuleiten. Blieben erfolglos. Mission, das anfängliche Mission-System besteht darin, das Firmen-Netzwerk wieder online zu bringen, damit der Vier-Koordinator auf das System zugreifen kann. Der Vier-Einsatzagent begibt sich anschließend zur letzten bekannten Position des SEGD-Aufklärungsteams. Ja, machen wir doch mal einfach glatt. Das ADC-Netzwerk ist offline. Sie müssen das Server-Center finden und zurücksetzen, damit ich ins System komme. Vielleicht sehen wir dann, was da drin abgeht. Okay. Okay, ich muss irgendein Netzwerk abfinden und das wieder anschließen. Gut, das ist natürlich prädestiniert für Schockeffekte. Das sieht man hier. Ähm, jo. Es ist einfach dunkel. Einfach dunkel, wenn die Taschenlampe aus ist. Einfach dunkel. Hm. Ja, dann auf, hier geht's. So, dann müssen wir hier durch, wenn das Ding oben ist. Hallo? Hm. Hier geht das Rätsel schon los. Da können wir nichts benutzen. Können wir das hier benutzen? Offline. Also blinkt ja mein Handy die ganze Zeit hier. Hm. Auch weil ich immer wieder gucke, wie viel Zeit ich noch habe. Deshalb bringt das die ganze Zeit da rum. Ah, da ist eine Tür offen. Okay. Ich muss kurz die Taschenlampe aufladen. Hier geht's rein. In den hellen Stellen immer mal kurz innehalten, damit wir die Taschenlampe aufladen können. Oh. War hier irgendwas? Hm. Checken wir erstmal hier das Gebiet. Hier kommen wir nicht rein. Da liegt ja nirgendwo was rum. Okay, wir müssen also hier lang. Hm. Joa, läuft bei dir, ne? Okay. Da ist nichts. Dann müssen wir kurz die Taschenlampe aufladen. Joa, Wecker. Zeit ist jetzt um. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ha. Ja, ist ja gut. Ähm. Dann war's das an der Stelle. Und wir spielen jetzt mal an der Stelle hier weiter mit 4.1. Das war ein komischer Sitz. Egal. Bis dahin. Right.